Herzlich Willkommen zu Dungeon Nightmares. Ja es wird ein kleines Horror Game ich weiß nicht wie schlimm war ich habe es davon noch nicht angespielt und bin mal gespannt ob es mich aus aus meiner Hose reißen wird jetzt meine Maus guck guck ja starten mal der only move when you don't see them aber wer sieht uns was was I keep hearing noise satunited I am into scared to leave the sun also I am ok also die Person die das gespielt hat die hatte zu viel Angst um den Raum zu verlassen Alter muss das jetzt kommen ich habe keine Lust mehr auf das Spiel ich habe gerade angefangen ich habe keine Lust mehr auf das Spiel ich habe gerade angefangen ein Stuhl ich habe mir jetzt hier hin und liegt da ein bisschen und bleibt da ein bisschen boah ich würde mich das niemals trauen ich glaube ich würde mir selbst das Knie brechen wenn ich hier fähre boah zum Glück gibt es sowas nicht hoffentlich für was brauchen wir das Gold wir haben drei Kerzen ich will sie aber noch nicht anzunehmen weil wir sie vielleicht später brauchen werden okay wir gehen jetzt da hoch Nase kratzen 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 tralalala ich muss mich irgendwie ablenken aber ich mache das nicht ich will das ich will es genießen Keine Ahnung wo das was das war oh ich dachte da steht jemand boah bist du hübsch ich habe da irgendwas leuchten gesehen kratzen ich habe da irgendwas leuchten gesehen kratzen dann gehen wir mal da lang wo geht es da hin wo geht es ok was help me ja help mir mal ich will das Spiel nicht spielen oh auch man ach oh ich will das wie klein ist glaubt mir für euch ist das viel einfacher als wenn ihr so spielt spielt das mal unbedingt das mit no close rift oh my god ich glaub da wird man sterben die are never lohn ich ja ich weiß warum spielt das so was Ok, wo sind wir jetzt denn? Da sind wir jetzt. Gehen wir mal hier lang. Skelett. Ich weiß nicht warum ich es angemacht habe, aber ich wollte es anmachen, weil wir haben so viele Bekerzen. Der hatte irgendwie eine ganz andere Position, wo wir wieder... Scream down. Ok, ich weiß, dass uns niemand hier unten schreien hören kann. Warum tue ich mir sowas an? Für euch, für meine Abonnenten, tue ich mir das an. Und weil ich ein Adrenalin-Junkie bin. Oh, wie viele Kerzen haben wir denn? Keine Ahnung, was das war. Wir haben genug Kerzen, ich nehme an den Teilen. Welche? Ah, hier ist der Ausgang. Da unten. Ok. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß es nochmal. Wo ist das Artefakt? Alter, wie oft wird das noch kommen? Mach dich zum Scheiß! Hä? Boah, wir sind grad durchgebackt, wo das aufgegangen ist. Ich hoffe, das endet so, weil ich habe keine Lust mehr. She is coming, okay. Ja, she is coming. Kleiner Tricksack. Nein, wir müssen wieder komplett zurück. Ich will dich wärmen. Der Skelett ist auch extrem gruselig. Ich habe gerade was hinter uns gehört. Ich habe mich aber nicht um. Ja, jetzt geradeaus. Ja, Angst, dass sie gleich wieder kommt. Ich habe gerade die Kerze auch nur ausgemacht, weil es war mir zu dunkel. Wo ist das Artefakt? Ich will mich auch nicht beruhigen, weil ich weiß doch, dass hier gleich wieder was kommt. Ich wollte nur mal gucken, ob irgendwas hin tut. Ich weiß nicht, ob ich alle sieben Tage durchspielen werde. Weil das ist doch schon ziemlich krass. Es ist zu ruhig, viel zu ruhig. Mein Herzschlag. Es ist zu ruhig, Alter. Da kommt doch gleich was. Da ist doch gleich was. Ich will das nicht mehr spielen. Ich will das nicht mehr spielen. Darf ich aufhören? Ich will das nicht mehr spielen. Bitte. Wir gehen jetzt links. Ich guck dich da hinten. 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 Ich guck dich, Alter. Aufhören. Aber gut, das trinke ich langsam. Mein Kopf, Alter. Ich gucke jetzt ziemlich langsam. Ich guck dich. Voll fürs anstimmende Musik, Alter. Hier! Alter! Ja! Wo war es? Wo war denn der Ausgang? Ich glaube direkt hinter uns. Scheiße. Wir haben das Artefakt. Ich frage mich, wenn die uns jetzt wieder trifft, ob die uns tötet. Der springt doch gleich. Okay. Beruhigen. Ich will mich nicht beruhigen, sonst kommt gleich wieder was. Zwei Kerzen, wir müssen es bis dahin geschafft haben. Ich will nicht trennen, weil sonst... Wo jetzt? Geradeaus. Okay. Die Aufnahme läuft noch gut. Nee. Hier kommt wohl gleich was wieder. Wir sind gleich da. Ich hoffe, hier ist der Ausgang. Bitte lass hier den Ausgang sein. Ich muss jetzt glaub rechts oder links sein. Ja. Ja. Also Kerzen, Nodes, ja. Kannst nicht alles der Dungeon grow. Oh nein. Das Spiel wird härter. Nach zwei wartet. Boah, ich hab vollkommen Schmerzen durch das Spiel. Boah, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Nacht. Tschüss. Oh Mann, Alter. Ja. Ja. Ja.